Yo Freunde, in diesem Guide zu Blackmuff Wukong zeige ich euch, wie ihr dieses schöne Rüstungsset komplett kostenlos bekommt und das auch noch am Anfang von Kapitel 6. Wenn euch das Video gefällt, bleibt dran und lasst am Ende gerne einen Kommentar oder ein Abo da. Also, let's go! Schon früh im sechsten Kapitel landet ihr hier an dieser Stelle bei dem Schrein Grüner Pfad. Ich zeige ihn euch nochmal ganz schnell, damit ihr seht, wo genau ich bin. Zack, grüner Pfad, wie gesagt. Und von dort lauft ihr einfach hier den Hügel nach oben und dann startet ein Bosskampf gegen einen fliegenden Gegner. Und wenn dieser Boss tot ist, dann werdet ihr lernen, wie man auf einer Wolke fliegen kann. Dazu müsst ihr unten auf dem Steuerkreuz drücken, um das Ding zu aktivieren. Was ihr danach tun müsst, ist ganz einfach. Ihr geht zurück zum grünen Pfad, also zum Schrein und dann aktiviert ihr die Wolke. So. Und dann fliegt ihr hier geradeaus den Hang runter. Und da vorne seht ihr so einen kleinen Felsen. Das heißt, klein, der ist groß. Sieht man hier, kaum zu übersehen. Und da fliegt er jetzt oben drauf. So, hier ein bisschen in den Wald rein. Und nicht hier, sondern noch ein zweiter ist dann die Truhe, die wir öffnen müssen. Hier, an diesem Baum. So, da vorne. Jetzt muss ich runter. Und dann könnt ihr hier die Truhe öffnen. Komplett kostenlos. Es ist kein Gegner da, der euch nervt, etc. Macht sie auf und dann bekommt ihr das komplette Rüstungsset. Hier der Helm. Dann die Susie Gold Rüstung. Und dann noch die Beinschützer und die Handschuhe. Ich zeige euch jetzt noch ganz schnell hier die Stats. Also, was dieses Set kann. Und es ist komplett auf Verteidigung ausgelegt. Die Itemstufe ist gewöhnlich, aber man kann alles natürlich upgraden. Und dann wird das richtig cool. Da habt ihr eine sehr schöne Tankrüstung. Also, mit sehr viel Verteidigung. Ja, ich wollte euch zeigen, wie ihr kostenlos an dieses Teil rankommt. Weil es macht auch auf jeden Fall Sinn, das anzuziehen und abzugraden. Und dann wünsche ich euch noch ganz viel Spaß beim Nachspielen. Und ja, falls euch das Video gefallen hat, wie gesagt, lasst gerne ein Abo da. Ich würde mich sehr darüber freuen, damit der Kanal weiter wächst. Ihr seid ja jetzt schon super. Ich habe so viele neue Abonnenten durch euch bekommen. Und ja, wir sehen uns dann im nächsten Video. Macht's gut und bis bald. Bye, bye. Bye.